hallo alle zusammen und willkommen zurück bei cs ich der jay gatsby und marcel 85 nb ist auch mit trinken jetzt ja kein wunder würde ich auch nicht echt nicht so dann wollen wir erst mal hier und nach unserer aufgabe gucken denn lorina hat was für uns hoffentlich so lorinas angebote die stöber fangen wir erstmal an hey pirat ich habe eine botschaft für dich scheinbar hast du will wie das ist doch bestimmten name naja belle oder belle naja beeindruckt und sie will mit dir sprechen okay erst mal lorinas angebot durchstöbern so ein bisschen moneten haben wir ja immerhin auch so 25 diese toten kopf dinge 60 blauen münzen was auch immer das ist knöpfe und 23.605 wahrscheinlich gold okay so was haben wir denn hier abenteuer mementos andenken an abenteuer die an erfolgreiche piraten vergeben werden so da wollen wir mal reinschauen halt so gute frage gucken wir mal nach den blauen münzen was haben wir denn da so moment hier genau das ist das was ich suche für 50 dieser blauen münzen da oder was auch immer kriegen wir 10.000 gold das ist doch schon mal eine schöne sache genau das wollte ich nämlich haben jawohl 10 stück habe ich noch nein alles wieder für die füße was haben wir denn hier wollen die würfel ein katalog mit sechs emoten die mit würfeln zufällige zahlen würfeln perfekt für schelme die rollenspiele lieben so wollen wir mal gucken was was okay kann ich jetzt nichts machen schade eigentlich haben wir hier noch mal abenteuer ja gut okay gibt es da noch mehr mehr gibt es da nicht okay so 33.000 gold habe ich jetzt das mal gucken was wir damit machen können ich werde die auf dem kopf und was das der händler ist ausgezogen was steht kann doch jetzt jetzt steht hier einer cool ich gehe mal und kauf uns rum ja gleich gleich kleinen moment so charles erst mal spreche ich jetzt hier mit charles was hat er überhaupt klamotten an die klamotten habe ich kein bock drauf obwohl so wo ist das mit dem rumpf wo war das doch gleich hier nach mir noch war das echt da vorne pack ja nur ich habe mir die händler hier hin und wieder mal ein bisschen angeguckt also nicht hin und wieder das stimmt nicht sondern das eine oder andere habe ich mir mal angeguckt kiste öffnen das macht ja nichts das will ich auch das will ich auch und ach das nehme ich auch mit auch das ist ein witz würden ich bin noch 3000 wir lassen jetzt momentan 47.000 toll zusammenlegen ja wäre schön wenn das gehen würde ja okay ich bin sherry schiffsbauerin bei mir sind die besten angebote drin schau sie dir an mein kind ziemlich großes kind bin ich dann wohl okay dann gucken wir uns die angebote mal an so was können wir denn unsere piratenflagge austauschen gegen desta hoch nö ja 49.000 ist aber jetzt auch nicht gerade die schönste bemalung nach da unten gibt es ja noch bessere schön die gefällt mir das gefällt mir auch nicht so gut wir haben doch kein enter haken an der hand nicht so schön also für das graffiti also sieht ja nicht so schön aus 90.550 meine fresse ok mal gucken was das hier ist ich glaube wir sparen auf was noch größeres oder was hast du vor welches wolltest du kaufen ich wollte das grüne da haben mit den zwei bechern grüne mit den zwei bechern das gucken wir uns doch noch mal an hat das da ja theoretisch brauchen wir auch das passende segel dazu ja aber da du ja auch kohle hast ja aber gucke mal wir haben doch jetzt vom segel her das mit der rose so gucken wir mal nur rum und jetzt nicht wirklich das passende dafür also von dem rumpf her ja ich gucke mir das hier mal an so also theoretisch wenn überhaupt farblich würde das hier am besten passen das wäre für 100 blaue münzen sogar nur das ist ganz unten das rote ja ist es ja auch schiff schiffsrumpf von wilde rose und wilde rose ja ja also ich bin jetzt nur noch optik gegangen nicht nach den namen weil es hätte ja auch hier schiffsrumpf des furchtlosen irgendwas sein können was eben von farblich für rose eigentlich sein soll weißt du wie ich meine so und das hätte mir dann nicht so richtig gefallen 140.000 holla die weitfee schön ist das nicht ganz ehrlich ganz ehrlich ich glaube dann möchte ich das lieber für die 100 knöpfe ja ich habe jetzt aber 50 knapp daraus geben ja ich weiß ich doch auch ja das schafft man heute auf jeden fall nicht mehr oder sagen sparen wir erstmal auf warte 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 ganz kurz sorry wenn ich die unterbreche guck dir mal das jägerschiffsrumpf an der ist cool wo gehen wir auf nur schiffsrumpf also rumpf anstrich und dann zweite reihe ganz links dass für 49.000 ja und das säge dazu wäre das würde ich sagen das säge passt doch so wie es ist oder gut okay dann würde ich sagen nehmen wir los also das kann man echt würde ich sagen machen doch ja gut denn nicht dann schnacken kopf im nacken mach kurz auf säge anschmeißen wie bitte was naja das säge das ist leider auch nie gespeichert ist doch da ja weil ich gerade eingeführt habe so okay ich gehe noch mal hier drauf weil ich will mal gucken die galleons figur so galleons figur da sind sie die genauso viel oh gott alter los lass uns in see stechen lass uns bloß in see stechen hier ist noch eine banane und eine tomate drin ja momentan auf jeden fall nicht kommt schon wenn es mal nicht wirklich gut läuft jetzt endlich mein gott ok wo wollen wir nicht hin haben wir uns noch gar nicht überlegt ich gehe auf die karte kohle haus wo wir noch gucken hier am besten eine insel wo wir noch nicht gewesen sind krakens fell müssen richtung wo sind wir gerade da fahr mal in den norden bruder cray und ich sehe da hätten ein schiff oder schmugglers bay ja und das b finde ich interessant dann fährt jetzt im norden und zwar so ein kleines bisschen nordwest ein bisschen nordwest ja da war ich lieber noch bei der hinten ist ein kurzes wo hinter wo ich sehe es nicht ist das ist ein bisschen das schiff wenn er bei konnte in so ein paar besorgt ist nordwest du fährst leicht nordöstlich oder hinten das müsste die in sich schon sein glaube ich ja das ist die genau alter gras oder okay na die tisch tier ohne hamburg ja schlägt ihr voll hoch was machst du denn hier schon wieder frei in die fahren frei in die fahren zu fangen wir dahinten durch das tor durch wie nennt man das auch gleich nicht hafen ja komm ich drauf nein mein gott erzählen wir nicht immer so mist du und muschi da steht so voll drauf ja du nicht nein das zu sagen meine ich ich glaube mal die kanonen das was ich eben schon machen wollte ein paar kanonenkugeln holen wo sind sie moment fisch dies das jenes nun sind draußen moment wenn du rauskommst links wenn du reingehst mensch ja voll übersehen so her damit gut wenn du das gleich kommst du den anker ich bin gleich da oh man ich komme raus nein so ich würde sagen das ist fast man das erschießen auf uns gibt es ja wohl nicht dann sollte man lieber auf den strand fahrten gibt gleich aus ich lade erstmal die kanonen durch und wir haben ja nur zwei ist ja nicht so viel was ist das moment mal der hat unser schiff getroffen ja da ja ich werde mal gucken dass uns repariere wer schießt jetzt hier um ein schiff alter schwede mit dem britt das fette loch hier drin was für ein penner ja gut bretter habe ich jetzt keine die nicht alles gut ich hoffe gerade das schiff aus mensch könnte mal ein bisschen was helfen hier aber ich bin auf der insel das macht mir doch nichts gerettet ja das hast du auch fein gemacht bei der fein gemacht wenn man will ja ich denke mal kurz was diese zerknüllte zeichnung wurde vom fünfjährigen sohn eines piraten gezeichnet und zeigt eine seine lieblingsinsel er wird eines seines sicherlich zu einem berühmten kartografen heran wachsen ok lobe jungen freigeschaltet mit kinders augen das würde ich dann ja gleich mal hier dafür da führe ich dich hier gleich mal hin ja damit du es auch hast so bretter habe ich mir auf jeden fall auch schon mal eingepackt für nachher ja gut mag sein zu essen bin ich voll wird ja schon wieder dunkel hier auf geht's schau was jetzt los der rote kiste du meinst rot könnte nicht so gut sein hat er schon wieder auf unser boot geschossen ich vermute du bist da so momentan sehe ich hier noch keinen ja weil ich abknotter jetzt auch gut so endlich hier ist eine höhle hier ist eine höhle hier ist eine höhle hier ist eine höhle so viel gibt es hier nicht man licht an mir damit die leute auch was sehen google haben wir dass der immer das ding gleich in der hand nehmen muss ja wenn wir mehr wie eine sekunde drückt man nimmt das gleich in hand so hier wie bei mir so in der richtung zumindest eigentlich gibt es hier nichts ja super habe ich doch voll was denn kugel verpasst den gegner eine verletzung die ihm für langsam was für eine begegnung mit einer kanonkugel wohl als recht schimpfliche ausgang gelten dürfte steuerkugel verwünsche das gegnerische steuerrad um lästige manöver querreden zu unterbinden und donnerbombe erzeugt eine schmerzhafte schockwelle die piraten das fliegen lehrt funktioniert auch bei schiffen wird mitgenommen und ganz schnell außerhand genommen er ist die bessere variante auf jeden fall wohl so manchmal habe ich voll das gefühl ich müsste das mal benutzen die handbombe wirf ihn einfach auf etwas das brennen soll aber nicht fallen lassen ja wirkt das auf dich selbst nee ein ding ist noch drin also die hier ach ja ja genau gut den neben rutschen schiff mal ab ja das gelebt wenn auch zu sein 2 schafft er schon hatte aber irgendwo muss auch ein sein könnte ja vielleicht später mal aber so wie es aussieht müssen wir uns ja jedes mal wieder einzuholen aber du weißt ja wir können nicht speichern wir können jetzt höchstens zu sehen dass wir endlich mal ein schatz finden damit ein bisschen knöpfe kriegen und geld ja bloß wo geht es hier lang wo geht es hier lang dasselbe drin oder das hier ist ganz cool geht unsere gesundheit gleich viel schneller hoch besser wie bananen und so gucken schon sieht man viel besser oder auch nicht ja das ist schöne insel hier muss ich sagen aber irgendwie irgendwie gibt es hier nicht wirklich was zu sehen außer mehr und himmel und mond und sterne und die drei skelette da eben das ist ja dann schon ein bisschen wenig gewesen besonders weil keine kiste bisher ja ich habe jetzt eine holzkiste gefunden ja ich schaffe ich mal auf schiff um ich habe eine cobra ja war nicht vergiften dich es ist eigentlich stolze tot ich denke mal das sollte demnächst wieder weg gehen hier gesundheit geht weiter runter bei menschstümpfe mit nix drin steht ja auch da leer naja gut nahrung zum kochen benötigt habe ich auch gerade nicht dabei holz für lagerfeuer benötigt ich will schätze finden was nicht schon wieder nimm dies so wollen wir gucken was wir hier haben banane und so ein jetzt ist doch gleich granatapfel hier sind übrigens noch mal brandbombe und donnerbombe ja ganz schön viele sogar ich warte hier auf dich findest du mich besser ja einfach gucken wie man da hochkommt nur drum herumlaufen oh Gott mal drum herum gelaufen aber da ist noch ein zweites fass mal gucken was haben wir denn da drin oh ja egel nein sturmfische und wälde was auch immer mögen gerne an egel knabbern doch engel egel knabbern und umso lieber an piraten ja nö 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 ich bin bedient nein meine ich hehehe oh es wird wieder hell schön kommt der herr auch mal naaa ja ja ich wollte nur gucken ob ich hier nen Schatz find kommst du jetzt hier her wir warten oh oh Phantome sind hier kommst du mal ah ne hat sich erledigt die habe ich gerade umgemäht ich habe nicht damit gerechnet dass sie mich hauen okay sehr gut ich war noch was achso halt ach ach hast du erwischt ja beide das war nur einer oh ne ah ein Schütze äh na wo bleibt der wo bleibt der Heckenschütze der ist tot na will ich auch mal hoffen dass er sich nicht nur einfach aufgelöst hat so mal gucken was wir hier hinten haben ach ne ist nur eine Palme mhm oh cool kommst du mal her hier kannst du Körper machen ja kein Moment ja sieht lustig aus hallo du müsstest schon kommen ich sag doch gleich keine Zeit für sowas komm jetzt los ich sag doch gleich und wenn ich da gleich klare dann heißt es gleich Punkt nein gib KD eine Idee wir warten los 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 zeig uns was sollte und so vielleicht noch sehr gut was da ist nichts geht nicht ne hier sehe ich jetzt nichts mal gucken ob da oben auf dem Felsen was ist oh das sieht schon ein Huhn ein Huhn au jo das nehmen wir mit ah ich hab ne Hühnerkeule äh ich hab ne Hühnerkeule du nicht hi hi muss man doch irgendwie hochkommen äh gut jetzt bin ich auch mal im Kreis gelaufen toll mal da oben ist doch irgendwas oder nö glaube ich nicht hm hm gute Fahr tja da sind sie alle in der Kiste doch eigentlich nix nehm ich noch mal Hühnchen mit oh ne das lohnt sich nicht oh was ist das brauche ich auch wieder Holz oder weiter an der Laterne hoch ah ja aber machen wir doch wenigstens mal äh oh hochhalten yes es brennt es brennt ja mein Schatz hab ich immer immer noch nicht hm lass uns mal auf der anderen Seite gucken vielleicht ist da ja was ah jetzt hab ich das jetzt weiß ich Bucht das ist doch ne Bucht wo wir hier sind also geparkt haben äh angelegt ja ja ich kam vorher nicht drauf auf Bucht ich hab's noch nicht ganz so mit der Schifffahrt aber ich geb mir Mühe immer ein Steuerbord Backbord Achtern Bug hab ich alles schon drauf hast du was gefunden? nichts fuck überall hier nach das ist aber nicht schön muss ich ja so sagen wie so ist nicht lustig hm was ist hier los warte mal vielleicht gibt's ja hier Schätze vergraben aber wir hätten uns ne Schatzkarte holen sollen weißt du das ja das nächste mal machen wir das auch ne Schatzkarte hm ja ja ich hab eigentlich auch auf Inseln immer eine Kiste gefunden gehabt ja also irgendwie irgendwo muss doch was sein hier du war jetzt vielleicht nicht so eine große Insel aber gefunden hatte ich trotzdem was ja darum ist doch irgendwas ja dann muss ich jetzt mal hochkommen da geht's hoch gut gut hier eine Kiste hm warte mal auf ich werde reingucken man na ja wenn du reinguckst ist es verloren toll boah so lass mich durch ich hab auch immer eine Kiste gefunden ich hab sie gefunden ja ja ne klar ich hab eine Kugel mehr Mist ah muss man schwert nehmen nein 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 setz doch einfach mal die Kiste ab ja ich hab schon zweifelig ja hier ist doch noch einer ja dann hau den da weg ich bin noch dabei aber wiese flink das Ding hier wo ist er au 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 na fall ich hier auch noch runter ich glaub's ja nicht na endlich man blödes ding so Kiste schon weggebracht hat dabei ok so dann haben wir die Insel soweit so gut durch würde ich sagen hm ablegen und die Kiste zu Geld machen ganz einfach richtig dann los mit los fahren warte mit dem Ankerlicht bitte ja 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 natürlich mit hinterher schwimmen bin ich nie so schnell dann streng her okay schatz auf schickgeladen wie schön okay dann hast du steuerbaut hat eingeschlagen ja okay bitte auch mal gelichten und das säge vielleicht nicht ganz so hart rausnehmen so kann ich also das könnte ein bisschen schnell sein hier ja ich habe keine lust auf beschädigung das muss nicht sein einmal schöpfen habe ich schon keine reaktion ein stückchen hoch wieder ja danke mal gucken ob wir hier den fahren durchs irkriegen das sieht doch schick aus da hinten der felsen kann es denke ich mal nicht sein wir sind wahrscheinlich von der insel dahinten gekommen ich denke ja okay ein bisschen rüber da los kommen einpendeln hier auf mitte gerade okay ich gehe mal gerade gucken ich glaube da rechts müssen wir hier ist die kleine insel wo wir vorbeigefahren sind und dann sind wir auf die falschen aber falschen seite ja 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 sie schon korrigierst du sehr schön für die kleine ist es auf jeden fall nicht jetzt müsste die da hinten sein ja ja wo das okay okay gut zum glück haben wir heute keinen großen wellengang wie beim letzten mal da reiste sein dass ich gleich das wurde außerhand auf jeden fall ja das war hart kompass fett am rotieren das steuerrad steuerrad wie heißt das ding noch gleich naja auf jeden fall das ding permanent weggedreht also keine chance gewesen im letzten live das müsste die folge 4 gewesen sein das richtig ne 3 folge 3 ja richtig heftig im unwetter gewesen ja perfekt schick in wind gedreht und schon geht's besser ich bin schon mal position glaube ich wo siehst sie irgendwo den hafen den steg links würde ich sagen oder ja oder fahr doch dahin jo century außen posten weiterlegen weiter links weiter links wo fährst du hin backbord backbord ach so da alles klar okay okay nee dann passt so passt so gut damals hat es doch wohl hier verschaden genommen doch noch irgendwo ein loch gut okay sehr gut alles klar dann kiste aufnehmen oder willst du mir egal okay bin ja ja da ist besser bin ja team player mir egal wer von uns beiden die kohle kriegt man umso eher nur die kohle voll hast für einen rumpf umso eher haben wir den rumpf ja theoretisch müssen weil jeder selber sommer kriegen ich weiß es nicht das probieren wir jetzt einfach mal aus so bei ihm muss das gewesen sein ja wobei ihm auch bei ihm der schiffbrüchigen schatzruhe kann hier nicht abgegeben werden muss geleert werden bevor dies bei einem aus posten abgegeben werden kann aha ok stell ab hat er eben nicht gemacht ok na gut dann machen wir nochmal auf so jetzt haben wir das schönes drinnen gold nehmen ok gold haben wir entdeckt 237 gold neu so damit erschließen und aufnehmen und noch mal hin nein wie ich konnte eben nichts mehr rausnehmen kann doch eben nichts mehr rausnehmen steht nur noch kiste schließen ja bitte sind drei sachen drin das ist klar oder ja ich kann sie nicht ausnehmen jetzt ja eben ging es nicht eben ging es nicht so ehrenloser kopfgeld kann hier nicht abgegeben werden bringt dies zu einem pavillon des seelenordens pavillon des seelenordens alter schwede wo waren der jetzt wieder also hier würde ich sagen nein naja ich krieg kohle gut also die kisten sind immer für uns beide waffen schmiede natürlich nicht zwar klar so sehen schmiede will ja sehen schmiede genau es ist noch nicht so ein dunkles ding hinter ja es kommt ja auch immer darauf an auf welcher insel wir sind also sind ja nicht immer gleich also angeordnet die anordnung ist ja anders an jeder zitter werden gegeben müsste es eigentlich es ist also ich habe es ja schon mal abgegeben so ein hier kann ich nehmen an wie nehmen an ja tut mir leid leute also ein paar mal wird es wohl noch dauern bis wir uns gemerkt haben wo was ist und so weiter ja okay also das symbol ist da für den ok die verkaufen so 309 naja die ausbeute ist jetzt aber ich gering und fünf blaue knippe naja gut ja inwiefern sprich mit dem vertreter der handels kompanie aber das worte schnell sehen und ansehen erhöht schön ich kann es kaufen du willst jetzt das für geld kaufen für die 49.000 ja nein wir hatten auch gesagt dass für die blauen knippe so besser weil da gibt es jetzt die geld aus und dann irgendwann für die knippe holen wir das andere das ist ja auch blöd ja 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 ich sag mal die anderen teile vom schiff von der willen rose kosten auch knöpfe und dauert eine weile bis wir die knippe haben ist halt so ja nun was soll das gehört dazu okay gut ja wie soll ich sagen also wer noch nicht hat nimmt noch ein abo mit dann könnt ihr sehen wie es weitergeht und dann sehen wir uns beim nächsten mal wenn wir in see stechen und zwar in dem fall ein live stream der nächsten dieser kommt also bis demnächst ciao 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 Hallo!